So, hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Käfig hier, Käfig 2, ähm, wie gesagt, hier, ähm, so, genau, und wie gesagt, ja, so 30.shop hier, wer es noch nicht gesehen hat, das ist ein schöner Freund, das ist ein hier, ähm, ja, wie gesagt, einfach hier 30.shop, hallo, mein, gibt's schöne Aufräder, mein, ob hier, und rein in die Hühne, oder was möge, und, äh, genau, wir spielen nur mit Flo, wer die vorige Folge nicht gesehen hat, ähm, da haben wir auch das Projekt erklärt, mehr oder weniger, weil das ist ja ein Nachfolger von Käfig hier, und, äh, ja, wie gesagt, wer die vorige Folge nicht gesehen hat, einfach rechts oben bei mir, und, äh, dann passt das schon hier, ja, äh, so, wir haben jetzt so eine kleine Basis, ähm, dann gehe ich, so, Oh, no, no, ich muss mich jetzt durch Lava durchbauen, Warte, 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 ich hab ne Idee, warte, so, 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 durch Lava, sagst du? Äh, aber die Treppe, die Treppe ist eigentlich richtig cool hier, so, die Treppe ist auch richtig cool, einfach, weinen, Jess muss dich mitgenommen, ah, nee, das war eh das, da, Dungeon-Dings, warte mal, so, 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 äh, hier liegt Gunpowder, bist du noch weiter runter? Wo bist du, da unten bist du, durch Lava durchbauen, sagst du? Hello, mei! Ah! Nicht! Da hab ich dir irgendwie neu aufgemacht, Musik, Musik, das ist drätt, Das ist hart, ja stimmt, wir brauchen Klee für die Dinger, gell? Wir brauchen Klee. Kannst du nicht schlagen, guck dich mal. Hör auf! Müssen durch Lava durchbauen. Ok, ich mach mich über die Laune drüber, glaubst du, das sind Diamanten drinnen? Oh, bei uns! Ich höre Kühle, glaube ich, oder? Wirklich? Ich höre irgendwas... Hörst du das auch? Ist ein Eisbär? Ich glaube, ja, ein Eisbär. Glaubst du, das ist nur eine Eishöhle? Denkst du? Ich denke schon. Oh no. Oh no no. Oh no no. Oh no no. Oh no no. Ich habe mich gerade wirklich in echt erschrocken, Alter. Ich habe gerade... Aua, hör auf. Ich bin echt so erschrocken gerade. Geh weg, ich muss die Treppe bauen. Ja, ich muss bauen. Wo ist eigentlich meine Lieder, Dings? Oh no. Oh no. Oh no no. Das ist ein Zombie, was du hörst. Aber ich höre... Irgendwie habe ich gerade ein Dings gehört. Ein Eisbär. Bei Eisbär. So. Habt du weiter nach unten, äh... Ja, schau, du kommst jetzt nicht drauf. Hör auf! Du machst die Treppe kaputt. Lass mich platzieren! Hüpf! Ich komm nicht. Ich komm nicht. Geh doch weg! Hey meine Treppe ist jetzt weg! Okay, ähm... Hier habe ich irgendwas gehört, oder? Ja, hier hört man es. Komm mal her! Weißt du was das ist? Das ist so... Ist das ein Esel? Oh no, Pais. Da ist ein Eisbär. Gibt's wahrscheinlich... Ja doch, das muss eigentlich ein Eisbär sein. Was ist die nächste Quest? Die nächste Quest ist eigentlich... Brotbarn... Eine, äh... Die Manden finden. Die Manden finden. Die Manden finden. Die Manden finden. Holzen sie! Holzen sie! Sehen sie Holz! Keine Steine sind sie? Und Brot. Oh! Irgendeine sind sie. Hier warst du doch gar nicht. Hier ist eine Riesenhöhle, oder? Ja, ich bin... Ja, da bin ich dort, äh... Vorbeigegangen. Aber... Da war noch Zug beim World Border. Ja, wo ist denn hier die Höhle? Ich habe eine Neuhöhle gefunden. Das ist über mir, ne? Ja, das ist über mir, definitiv. Das ist jetzt mein Lebenswerk, diese, äh... Treppe zu flenden. Ja, Tatsache! Oh! Was? Eisbär? Skeletze und Zombies. Kein Eisbär. Kein Eisbär. Was macht dein Eisbär für ein Geräusch? Glaub ich. So wie der, wie der das... Denk ich. Das ist Tops. Das ist Tops. Das ist Tops. Das ist der Topsch. So. Das sind überall Chests, aber wir kommen nicht ran. So, der nächste ist, ähm, eine Dings-Sense. Hier kann ich was machen müssen, weil... Nee, einfach eine normale Holz-Sensee oder so. Ja, du hast dich selbst... Das ist das Sätzliche. Ja, und? Ja, wir haben kein Holz. Ja, dann... Knopf dir am Holz. Weißt du was? Ich boah jetzt einfach den Baum ab, der schon noch da ist. Warte, kann ich irgendwie schon... Nee, wir können da nicht mehr... Ja, ist hier noch ein Baum da. Was hier? Hallo? Red Stained Clay. Was haben wir? Hardened Clay. Haben irgendwo Hardened Clay? Wir brauchen ja Hardened Clay. Wir können schon ein paar einlösen, glaub ich. Das war ja beim letzten Mal auch so. Nee, wir brauchen mal Blauen. Und Hardened ist da ganz vorne. Nee, Hardened gibt's gar nicht. Wir brauchen... Gelb! Haben wir eine gelbe Blume? Eine yellow Blume... Eine yellow flower. Ich glaub! Ah, wir haben eine rote, wir haben eine rote. Wir haben eine red one. Wir haben eine red one. Alright, so. Genauso wie bei Tops. Äh... Okay, ich brauch so eine Sense. Ein bisschen ist noch was da vom Baum. Aber ich komm nicht drauf. Mann, ich hab Cobblestone. Ja. Jo, mei. Ähm, so. Ich hab dir geschrieben, ähm, in der vorigen Folge, äh, wie ich so Floi kennen soll. Ähm, ich hab mir schon was, ähm, ausgedacht. Stehst du? Nein! Doch. So. Wenn du mich kennst, darfst du meine Treppe nicht benutzen. Oh, du musst die Treppe benutzen. Nicht den Aufzug. Mote! 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 Ähm, so. Sense. Sense. Nice. Was hast du gemacht? Damn the farm! Nein! Die Zombies kommen jetzt durch! Wirklich? Warte mal. Ja. Das Ding ist, wir können nicht mal im Wasser jetzt hier, aber das Ding ist, wir können nicht mal anpflanzen, weil das Wasser wieder kufriert. Ich glaub ich was... Ja, dann mach es einfach unten. Oder mach einfach... Ich mach einfach... Ich mach einfach Fäkeln. Fäkeln dazu. Weißt, wenn du aber aufhörst. Ich... Ich häkel das einfach dazu. Ah, eigentlich mit den ganzen shiny Dings. Das brauch ich nicht. Ah, die ganzen Bücher. Keine Ahnung. Oh mein Gott, ich hab irgendwas gefunden. Was hast du gefunden? Äh... See-Laterne. See-Laterne? Hä? Banschen. See-Laterne. Ja, ich komm schon, ich komm schon. War noch schon hier mit Dings dran. Äh, so, so. Es ist noch ein Raum. Da steht Null. Kann ich hier nichts platzieren? Jetzt kann ich was platzieren. So, jetzt haben wir zwar kein Wasser, aber ich kann hier Taktik machen. Ich kann hier... Ich kann hier... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Lack Potion. Was bringt Luck Flow? Gar nichts. Das ist ein unnötiger Potion Effekt. Wirklich? Ja. Lack Potion. Hier sind noch richtig viele Saplings. Ich fahr's mal an hier. So, so. Ich komm mal runter zu dir. Okay. Äh... Wo ist Resistance da? Wo ist Resistance? Resistance Re... Oh, hier ist Re... Oh, hier ist Re... Ich fahr's mal runter. Ich fahr's mal runter. Wirklich? Warte, ich komm mal runter. So, so. Und so. So, ich geh mal wieder in unser Lager. So. Eisen könnte ich schmelzen. Etwas schmelzen und das Gas ab ist mir geil. Nein! Warte mal. Ich bin sicher. So, ich bin zu unten. Winterwald! Was? Wo bist du? Warte mal. Ganz kurz, warte mal. Oh mein Gott. Ich hab ein Problem, Julian. Ich komm schon, ich komm schon, ich komm schon. Ich treffe nicht weiter. Boah, da ist Bedrock. Das Ding ist... Äh, was? Bist du gar nicht zu unten schon? Nein, das ist... Der Winterwald ist lockt. Ich mach mal eine Eisenspitze, okay? Eine Eisenschwerze. Locked. Locked. Ich komm nicht weiter. So. Ein Eisensort. Ich komm schon runter. Keine Angst, wo. Keine Angst. Locked. Hm. Mopis. Ha, ich krab mich jetzt einfach rum. Mach weiter. So, warte, ich komm schon jetzt wieder Zombie. Vor allem muss ich noch machen eigentlich, warte. Da ist so eine komische Zahl. Warte mal. Nein. Warte mal. Ich... Ich esse jetzt die Zahl, okay? Jetzt kannst du die Zahl nicht essen, Flo. Komm jetzt. Komm jetzt. So. 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 Pokerlo ist taktisch, ja? Ich mach grad einen Weg zu unserer Mob Farm. Was willst du taktisch? Taktisch? Mach das nächste Achievement. Kraft dir Brot. Ich weiß nicht, wo man Brot craftet. Ja, ich weiß schon, aber... Wir brauchen jeder. Ich komm mal runter. So. Ähm. Wo sind wir? Wir brauchen Kühe. Wir müssen wohl eine Quest abschließen. Das stimmt hier. Die spawnen oben, oder? Ich... 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 Ich spawnen, wenn wir so ein Dings anfüllen. Eigentlich, denke ich. So ein Stained Clay, denke ich, oder? Stimmt. Wo bist du denn jetzt? Äh... Im Winterwald. Was ist hier alles? Ich hab Night Vision. Hast du auch Night Vision? Ja, ja. Das hast du im Winterwald. Im Winterwald? Ich hab ganze Zeit schon... Achso, LOL. Oh mein Gott, ich hab mir entschacht. Winterwald. Was, wenn ich das gar abbaue? Die Post lieber nicht hab. Jetzt hab... Dann komm zur Item Frame. Oder? Achso, warte mal. Was? Hä? Flo? Äh... 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 Merk dir die Zahlen. Äh... 0, 1, 8, 0, 7, 9, äh... Ich mach Screenshot, okay? Blau, 8. Grün ist 0. Gelb. Rot, grün ist 0, denke ich. Rot hab ich 5 gesehen. Äh, ne, die... Die Zahlen gehen... Die Zahlen gehen hin irgendwo, gell? 0, 0, 0. Wenn ne rote Zahl dahin geht, glaub ich. Wenn ne rote Zahl dahin geht. 7 war grad. 7, 7, 7. 0, 8, 8, 0, 2, 8, 8. Oh, ist ein Couch, schau mal! Ja, aber was? Am Boden steht 0, 8, 8, 2. Achso, warte mal. 0, 8, 8, 0, 2. 0, 8, 8. 0, 8, 0, 2? Hä? Nein, 0, 0, 8, 8. 0... Warte mal. 0, 8, 8, 2. Was ist nix? 0, 8, 8, 2. 0, 8, 0, 2? Ich weiß nicht. Was sind die Zahlen? Grün? Schau mal, da steht am Bullshit, glaub ich. Da steht... 9, 8. Ich glaub, wir müssten die Farben was machen. 9, aber die Farben... Oh, ich glaub je... Von jeder Farbe fehlt eine Zahl. Warte, 4, 5, 2... Warte, ich schau mal das jetzt auf, okay? Das heißt, wir haben... Ich mach grün, okay? Ich mach rot. Okay, 4 gibt's. 4, 1. 4, 1. Gibt's. 4, 1. 3 gibt's, hab ich gesehen. Äh... 4, 1, 3. Ähm... 5 gibt's. 5. Ähm... 3 hab ich schon. 1. Hey, es gibt nicht mehr mehr. 4, 5, 1. 7, 5, 2, 3, 2, 4, 6. Und rot gibt's. 7 gibt's, warte. 7. Äh, was gibt's noch? Ey, das ist grün. Warte mal. Hey, was ist? XX. 2, 3, 4, 5. Ja, äh... Gibt's nicht. Warte mal. Äh... 3, 1, 7, 4, 3, 5... Oder? 3... Bei mir gibt's kein... 2... 2... Ähm... Und 6. 2, 6 gibt's nicht. Bei Rot. Ich glaub, ich bin einfach dumm. Okay, und bei grün 0, oder? Äh, 0 gibt's aber auch nicht bei mir, he? Ich glaub, 0 ist gar nichts. Oder? Ich überleg grad. Also, ich hab grad aufgeschrieben. Nein, 0 gibt's wirklich nicht. 0 sind die grauen Zahlen. Schau, am Boden. Oder schau, am Boden sind die grauen Zahlen. Ja. Vielleicht was am Boden fehlt. Warte mal. 8... 8... 0... 2... 8... Hey, ich check's nicht, bro. Hä? Kann man's eigentlich weitergraben? Ne, kann man's nicht. Du seh, weitergraben, gell? Hä, aber ich versteh... Oh! Was ist hier? Hä, ich versteh das nicht. Wie? Warte mal. Wir müssen... Ist auch noch ne 0. Wann ich eigentlich schlagen? Ne. 5, 6... 8... Schau mal, geh mal weiter. Da unten ist Mühlenschacht. Wenn du weiter schon willst. Ich weiß nicht. Ja, aber auch du mal das Rätsel. Ähm. Ich weiß nicht was. Kommt, das ist echt die Frage. Die Frage. Eins. Vielleicht so? Oh. Hier kann man nicht weiter, irgendwie. Oh, oh. Wir sind Spinnenweben. Vielleicht die zu dem Ding hinfliegen? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. So. Ja. So, ich hoffe die Spinnen kommen jetzt nicht vom World Border raus, irgendwie. Hoffentlich nicht. Please, please, please not. Please come not out of the World Border. Ja. Wie weit es da geht, gell? Ja. Ich check's nicht. Check's wirklich nicht? Warum? Ich glaube, ich bin einfach dumm. Google einfach. Ich glaube, eins habe ich schon richtig. Nein, nein. Ich will nur das Wasser. Ist der Chess, ist der Chess, ist der Chess. Hast du noch eine Chess? Ist da war? Nein. Ich glaube, das ist ein Stronghold irgendwo, Flo. Wirklich? Ja, das kann sein. Ich höre schon so ein Dings wieder. So. Es kann sein, dass wieder ein Stronghold ist wahrscheinlich. Ich probiere jetzt aber irgendwie rum. Vielleicht kriege ich es raus. Ich kann es eigentlich wirklich machen, wenn du alle Dings machst. Wird immer laut, der Dings-Sound. Hallo? Ich glaube, wenn einer beim Winterwald ist, haben glaube ich alle oder so. Night Vision. Doch, hier ist es. Ich bin beim Endportal. Und ich bin dumm. Warte mal. Vielleicht alle, die nur da hinfliegen. Ich bin beim Endportal. Das ist ja jetzt der OP-Loot. Oh nein, jetzt habe ich Eisen platziert. Egal. Hey, die neun fliegt die ganze hier hin. Die neun. So. Oh, no, no. Oh. So. Hier sind es Dings. Oh nein, hier kommen jetzt richtig viele Dings. Oh, oh. Creeper, oh man. Oh, Creeper, oh man. Ich sterb gleich. Was sind sie? Hier sind richtig viele Endermans. Hier sind der Enderman-Raum, Flo. Das ist ein richtiges Stronghold. Aber ein echtes Stronghold, gell? Protection 2 habe ich gefunden. Wirklich? Ja, ja, ja. Und richtig viel Clay auch. Oh, warte, ich komme nicht zu dir. So. Ich glaube nämlich, ich verstehe es jetzt. Glaubst du. So. Bei mir fliegt auch ne zwei. Warum das? Was? Dann fliegt auch ne zwei. Dann fliegt auch ne zwei. Jetzt wieder so ein Raum. Warte, ich mache jetzt das Stronghold, verstehst du? So. Hier ist sogar ein Baby-Zombie und zusammen mit Gold-Rustung. So. Er ist gerade die Rustung geroppt, oder? Nur, komisch ist, dass ich jetzt nichts sah. So, eigentlich könnte ich die jetzt so. Es kann sein, dass gleich ein Enderman zu dir kommt vielleicht. Was? So. Oh, ich bin Lotspie. Okay. Nein, ich habe zwei Enderman gekriegt von zwei Endermans. Nein, was ist hier? Hier sind Zombie-Spawner. Kann ich leider nicht abbauen. Was? Hier geht es wieder nach oben. Ich singe was? Senkt nicht, oder? Hier geht es aber noch weiter runter, denke ich. Früher geht es richtig weiter runter. Komm mal. Okay, egal. Ich vergesse mal. Ich checke es nicht. Ich bin so dumm dafür. Das Rätsel ist eigentlich richtig komisch. Ist in total, gell? Ich habe ein paar Ender-Dings gekriegt. Ich glaube, das würde ich auch mal sagen. Das war es für die Folge hier. Lass ein Like und ein Abo da für mehr hier. Aber ich checke es nicht. Ich bin so dumm. Und ich werde dir heute schreiben in die Kommentare. Lööse, da bist du dumm. Leute, das ist... Das ist wirklich... Hä, wie soll ich das lösen? Verstehe ich es nicht. Ja, wie gesagt. Einfach Liken, Abo da lassen und vielleicht Veränderung zeichnen oder so. Wie gesagt. Deinersteradresse.shop hier. Ah! Okay, tschau. Ja, wie gesagt. Lass like ein Abo da und schreibt einen Kommentar. Und like das Video. Nicht schlagen. Ja. Au. Okay. Ja, wie gesagt. Klasse. Like ein Abo da und tschau. equals CHO PIUS. WoA! าO fashioned. 791. Oh genau. Okay. Das ist gewinnen,� Das ist gek 9 ne die 누구, авści� Charles. offenders particle Leuria. Akt Tedarke.